Gott hat etwas Gutes mit uns vor. Etwas Gutes hat er vor. Etwas Gutes hat er vor. Etwas Gutes. Und wie geht es weiter? Wir lassen uns überraschen. Denn Gottes Wort wird ewig. Und sein Wort ist nicht plötzlich zu Ende, sondern es geht weiter. Er hat etwas Gutes mit uns vor. Solange wir leben, hat er eine gute Absicht für unser Leben. Und das macht mich zuversichtlich. Danke an diese Lobpreisbank. Wir haben das erste Mal in dieser Besetzung tatsächlich zusammengespielt. Und es war eine Freude. Danke. Es ist echt schön. Gott zusammen zu preisen mit euch allen, mit uns als Gemeinschaft, hat etwas Kostbares. Und Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder, heißt das auch in der Übel. Ich denke, wenn er genauso viel Freude hat, wie wir im Lobpreis, dann ist es schon ein guter Anfang. Eines Tages den Herrn zu loben und zu preisen, wenn wir vor ihm stehen. Das wäre schön, oder? Ich freue mich schon jetzt darauf. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ich habe ganz viele Fragen an Gott, wenn ich eines Tages vor ihm stehe. Und dann machen sie sich groß und sagen, dann frage ich ihn aber, ja? Ich denke immer, ich glaube, ich habe da nicht viele Fragen. Ich werde dann ganz zufrieden sein, wenn ich den Herrn preisen darf. Und manchmal habe ich gedacht, es muss langweilig sein, für die Engel immer Halleluja zu rufen. Ich glaube nicht. Nee, das ist nicht langweilig. Den Herrn zu preisen, 24-7, wie man so schön sagt im Neudeutsch, ist bestimmt eine Freude. Ein Teil von Gott loben und preisen ist auch, dass wir in seinem Wort wachsen. In seinem Wort wachsen, nämlich, um ihm auch mit unserem Leben die Ehre zu geben. Denn woran sollen wir uns orientieren? Habt ihr schon mal einen Kompass gesehen? Einen Kompass, der verrückt spielt? Ich hatte so einen. Ich habe den nämlich repariert, als die Nadel runtergefallen war. Und dann hatte der die Richtung ein bisschen anders als vorher. Und ich fand, ich hatte den ganz gut repariert. Nur die, die sich daran orientieren wollten, meinten, das ginge so nicht. Ich habe das nicht verstanden. Aber wenn du nicht weißt, woran du dich orientieren sollst, dann bist du orientierungslos. Und Gottes Wort gibt uns als Christen Orientierung. Deswegen wollen wir uns heute mit einem weiteren Abschnitt aus Gottes Wort beschäftigen. Und der hat mit Wachstum zu tun. Wir haben vorhin schon gehört, wachsen, wie am frischen Wasser gepflanzt. Wie ein Baum am frischen Wasser wachsen kann. Wie toll ist das? Die Landschaft hat lange Zeit keinen Regen gehabt. Und wenn dann der Regen kommt, wird plötzlich alles grün. Richten sich die schlappen Pflanzen wieder auf. Dann gehst du durch die Landschaft und riechst plötzlich, wie lebendig alles ist. Die Menschen brauchen Wasser, die Pflanzen brauchen Wasser. Und Jesus hat gesagt, dass er lebendiges Wasser gibt. Erfrischend, erfrischender als jedes Wasser, was wir auf der Erde finden könnten. Jesus gibt lebendiges Wasser. Und sein Wort, Gottes Wort, ist heute noch lebendig. Währt ewig und ist nicht plötzlich zu Ende, wie ein Lied, bei dem wir einen Teil vergessen haben. Sondern es geht weiter. Ein Teil von wachsen, unter Gottes Wort, bedeutet auch sich mal zu fragen, was heißt eigentlich wachsen? Wir können ja auf unterschiedliche Weise wachsen. Und ich habe mir mal so überlegt, wenn wir als Gemeinde wachsen wollen, ein paar Plätze sind ja noch frei, dann bedeutet das ja unterschiedliches. Es kann heißen, alle Plätze sind in Zukunft besetzt. Wir werden mehr Menschen. Zahlen. Die Zahlen steigen quantitativ. Man kann zählen, wie viele Menschen im Raum sind. Man kann zählen, wie viele Menschen von der Gemeinde mit betreut werden. Man kann zählen, wie viele dazugekommen sind in den letzten Jahren. Wie viele nach und nach dazukommen. Quantitativ. Das ist die eine Form von Wachstum, die wir in Gemeinde beobachten können. Aber es gibt ja noch eine andere Form von Wachstum. Stell dir vor, wir werden immer mehr. Aber wir reifen gar nicht als Persönlichkeiten. Das wird schwierig. All das, was der Heilige Geist auch am geistlichen Garm austeilt, hat man ja nicht oder man hat es, sondern das will ja dann auch noch trainiert werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Mein Mann kennt mich ja schon ein bisschen länger. Und eine Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes ist Geduld. Ich weiß nicht, was ihr jetzt denkt. Aber ganz sicher könnt ihr sagen. Nur weil jemand Geduld bekommen hat vom Heiligen Geist, muss er trotzdem trainieren, geduldig zu sein. Und je besser man einen Menschen kennenlernt, desto mehr muss man auch in der Geduld wachsen. Desto leichter kann es auch werden, geduldig mit ihm zu sein. Aber manchmal, wenn man einander besser kennenlernt, auch in einer Ehe, aber auch in einer Familie, auch bei Kindern und Eltern sieht man das, dann ist das wie so eine Zwiebel mit ganz vielen Häuten. Und je mehr man an das Innere kommt, desto empfindlicher wird es ja auch. Und keiner weiß besser, als deine Kinder, wenn du Mutter oder Vater bist, wie er dich erwischen kann. Keiner weiß es besser. Aber auch ein Ehepartner kennt dich ganz schön gut mit der Zeit. Und auch der weiß genau, wo deine guten Punkte sind. Und wenn er es gut mit dir meint, weil ja der Heilige Geist ihm Gaben gegeben hat, wie Freundlichkeit und Liebe und Sanftmut und all die vielen Dinge, die wir in der Bibel nachlesen können, dann klappt das ja alles ganz prima. Aber wir müssen diese Gaben auch trainieren. Und auch, wenn wir mal angenervt sind, wenn wir fast auf dem Fuß aufgestanden sind oder irgendwas doofes ist passiert in deinem Alltag. Vielleicht gehst du gerade durch eine schwere Zeit. Vielleicht stehst du vor Fragen, wo du keine Antwort hast. Und dann kommt einer bei dir zu Hause in deinem Schutzraum und begegnet dir. Und du denkst, einfach in Ruhe lassen. Und dann gibt es ein schönes Buch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Männer sind anders, Frauen auch. Ist kein christliches Buch. Hat aber eine gute Grundidee. Erzählt von Männern und Frauen auf unterschiedlichen Planeten. Die Männer leben auf dem Mars. Also nicht als Marsmenschen, die leben auf ihrem Planeten. Da sind lauter Männer unter sich und die wissen, wie sie ticken. Die respektieren einander und die wissen genau, wenn einer es schwer hat, müssen sie ihn einfach in Ruhe lassen. Der geht in seine Höhle, der zieht sich zurück, der muss in Ruhe gelassen werden. So, und nun haben sie eines Tages die Idee, auf dem anderen Stern, auf der Venus, haben sie entdeckt, da gibt es auch Leben. Auf der Venus leben die Frauen. Und die Frauen ticken anders. Wenn es einer Frau schlecht geht, muss sie sich mitteilen. Dann geht sie nicht in ihre Höhle. Nein, nein. Dann muss sie mit ihren Freundinnen reden. Dann muss sie mit den Nachbarinnen reden, die sie gerne hat. Dann muss sie sich austauschen. Dann braucht sie Kommunikation. So, und nun kommen also diese Männer vom Mars auf die Venus. Und sie lernen einander kennen, die Männer und die Frauen. Was passiert? Es entstehen Ehepaare und die lernen einander kennen, so nach und nach. Und dann geht es der Frau schlecht. Die hat gerade irgendwas Schlimmes erlebt an ihrem Arbeitsplatz. und der Mann sagt, einfach in Ruhe lassen. Sie muss in ihre Höhle gehen. Nicht drüber reden. Nicht dran hören. Schön in Ruhe lassen. Und sie sagt, wieso redet er nicht? Er könnte ja wenigstens fragen. Und wenn es mir so schlecht geht, er könnte ja wenigstens Anteil nehmen. Aber nein, er lässt sie in Ruhe, weil sie muss in der Höhle bleiben. Und sie verstehen einander nicht. Es kommt zu Missverständnissen. Nun geht es an an einer anderen Stelle, nachdem sie das also so ein bisschen miteinander geklärt haben, umgekehrt dem Mann mal nicht gut. Und seine Frau nimmt Anteil am Geschehen und fragt ihn, Schatz, was ist denn mit dir? Und kann ich irgendwas für dich tun? Und willst du nicht drüber reden? Und es ist doch... So, sie packt die ganze Kommunikations-Arie aus und er sagt, lass mich einfach in meiner Höhle. Und sie sagt, aber es ist doch wichtig, wir müssen doch reden. Ja, und er sagt, lass mich einfach. Kennt ihr solche Situationen? Missverständnisse. Gibt es zwischen Eltern und Kindern, gibt es zwischen Ehepaaren, gibt es überall. Auch in einer Gemeinde gibt es Missverständnisse. Der eine denkt, alle ticken wie er tickt und umgekehrt. Und dann stellen wir fest, es menschelt überall, wir sind alle etwas unterschiedlich. Und dann sollen wir auch noch wachsen in geistlichen Gaben und natürlichen Wahlen. Und das ist ja eine Aufgabe. Wenn alle gleich ticken, ist es ja einfach, dann versteht man einen leider viel leichter. Aber es ist ja auch ziemlich langweilig. Gott hat uns alle einzigartig geschaffen. Und zu lernen, gut miteinander umzugehen, Gemeinschaft zu leben, bedeutet auch, wir sind gefordert zu wachsen. Unter dem Wort Gottes zu wachsen. Wie ein Baum, gepflanzt am frischen Wasser. Und Gottes Wort lehrt uns verschiedene Aspekte, nämlich nicht nur quantitatives Wachstum. Es gibt Zahlen in der Bibel. Aber auch qualitatives Wachstum. Wachsen an Tiefe, wachsen an Breite, indem wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, es wiederkäuen. Habt ihr mal eine Kuh gesehen auf der Weide? Was macht die? Ich mach mal eine typische Mundbewegung. Mach ich jetzt nicht vor der Kamera. Aber die keut wieder, oder? Die beschäftigt sich mit ihrem Essen. Immer wieder. Oder wie oft keut die das wieder? Ich weiß das nicht so genau. Aber die ist damit beschäftigt, ne? Immer wieder mit ihrem Essen beschäftigt. Und wenn wir so mit Gottes Wort beschäftigt wären, wie schön wäre das denn? Wenn wir Gottes Wort immer wieder durcharbeiten würden. Immer wieder. Nicht nur da, sondern auch im Herzen. Das wäre doch gut. Oder? Gottes Wort wiederkäuen. Und zwar im Herzen und im Geist und im Verstand. Dann spiegelt es sich wieder in dem, was wir denken, in dem, was wir sagen, in dem, was wir tun. Im hebräischen Verständnis gibt es etwas, das uns hier in Norddeutschland ein bisschen fremd ist. Da gilt nämlich der Gedanke, gleich im gesprochenen Wort, das, was du denkst, ist genauso wie das, was du sagst. Das, was du sagst, gilt auch schon als Tat. Und das hat auch was mit der Macht der Worte zu tun. Wenn du jemandem etwas Gemeines sagst, ja, meiner Mutter hat jemand gesagt, du bist zu blöd, um Milch zu holen. Da war sie klein. Das hat sie ihr Leben noch nie vergessen. Sie ist vor und nach Sicherheit geworden. Sie hat es nie vergessen. Worte haben Macht. Und Worte fangen da an. Denken, sprechen, tun. Und das hat alles mit unserer Herzenshaltung zu tun. Und die können wir prägen lassen, indem wir uns immer wieder unter Gottes Wort stellen, uns mit Gottes Wort beschäftigen. Und Gottes Wort lehrt uns zum Wachstum, wie gesagt, unterschiedliche Aspekte. Was ist die kleinste Zahl, die in der Bibel erwähnt wird in Bezug auf Jesus? Was meint ihr? Eins. Eins? In welchem Zusammenhang zum Beispiel kommt eine Eins vor? Ich und der Vater sind Eins. Aha, ich und der Vater sind Eins. Okay. Und er wendet sich auch jedem Einzelnen Menschen zu. Er sieht jeden Einzelnen. Er sieht einen einzigen Menschen. Wie toll ist das? Dann gibt es auch nur zwei in der Bibel. Ich und der Vater. Und dann rechnet er komisch, oder? Und sagt, wir sind eine Einheit. Wie toll ist das, wenn zwei eine Einheit bilden? Die vertragen sich. Wie gut ist das? Das klappt nicht immer. Habt ihr euch schon mal so richtig gefetzt mit jemandem? Und dann kommt ein guter Christ und erzählt dir was über Vergebung. Du musst den anderen einfach nur lieb haben und ihm vergeben. Das sagt sich leichter, als es sich manchmal tut. Manchmal ärgern wir uns ja auch. Und manchmal fühlen wir uns auch lebendig, wenn wir uns ärgern. Ist ja auch schön, wenn man sich lebendig fühlt. Oder nicht? Es gibt ja so diesen Ausspruch mir kocht der Blut. Ja, so. Wenn man so richtig wütend ist, kennt ihr das? Fühlst du dich lebendig? Fühlst du dich wirksam? Und der andere muss sich ja auch nicht so verhalten. Schließlich ist der Schuld, dass es dir so geht, wie es dir gerade geht. Hast du wieder einen Grund, sauer auf dem zu sein? Und dann, ach, ja? Wenn zwei Leute sich vertragen und Einheit im Geist leben. Ich rede nicht von wir machen alle Konflikte platt und tun, als ob nichts wäre. Nee, 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 nee. Konflikte, um die man sich nicht kümmert, laufen nur los, um Hilfe zu holen, um Verstärkung zu holen. So, das ist ein eisernes Gesetz tatsächlich im Leben von Menschen. Und das kann man auch in der Bibel übrigens finden, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber Konflikte nicht zuzudecken, sondern drüber zu reden, über das, was einen beschäftigt. Vielleicht nicht, wenn einer gerade in der Höhle sein muss, sondern im richtigen Moment miteinander zu reden. Ruhigen Moment, wenn beide sich beruhigt haben, abpassen, miteinander reden. Zwei in Einheit im Geist. Wie schön ist das? Gibt's ne drei? Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Ja, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Drei. Gibt's auch ne vier? Oh ja. Wie viele? Gestern im russisch-deutschen Gottesdienst haben vier Freunde einen gelähmten auf einer Trage durchs Dach runtergelassen. Jetzt könnten wir beliebig weitererzählen. Bei Jesus gibt's tatsächlich viele Zahlen. Das heißt, es gibt nicht nur qualitatives Wachstum, es gibt auch quantitatives, zahlenmäßiges, was bearbeitet wird in der Bibel. Und da geht's dann um zwölf Jünger nachher und dann geht's mal um siebzig. An anderer Stelle geht's dann um hundertzwanzig und dann geht's mal um dreitausend und dann geht's mal um fünftausend. Und wenn mich einer fragt, Claudia, was machst du, wenn der Beckum ausbricht und dreitausend Leute in der FCG Zählen sind, dann denke ich, haben wir ein neues Problem. Platz ist in der kleinsten Hütte, aber wenn dreitausend Leute plötzlich bei der Tür stehen, machen wir Open Air Gottesdienst auf dem Nachbargrundstück. Zahlen unterschiedlichster Art kommen in der Bibel vor, aber die Zahlen sind das eine. Das andere ist, wie wachsen wir in der Tiefe? Und das ist ganz interessant. Man kann auch gut von Jesus lernen und das macht ja am meisten Sinn an der Stelle. Wir gucken uns mal an, was im Lukas-Evangelium steht und zwar im Kapitel 2 Abvers 41. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach Gewohnheit des Festes hinauf. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre unter den Gefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verbanden und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es begab sich, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich und seine Mutter sprach zu ihnen, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam gen Nazareth und war ihnen untertan und seine Mutter verhielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Stellt euch das mal vor, ein Kind, zwölf Jahre alt, ihr seid unterwegs, ich bin in Hamburg groß geworden, Hamburger Innenstadt. Ist schon spannend. Da sind viele Leute unterwegs. Jetzt stell dir vor, in der Hamburger Innenstadt, so mitten im Kaufhausgewühl, verlierst du dein Kind. Heute im Handyzeitalter, mit zwölf, hat das Kind vielleicht ein Handy in der Tasche, rufst du an, findest es wieder. Aber im Handys gab es nicht immer und da war es schon gar nicht. Die Eltern werden sich gesorgt haben, wo ist das Kind geblieben? Erst haben sie es gar nicht gemerkt. Der Junge ist schon groß, alle sind unterwegs, viele Leute zusammen unterwegs zum Passafest und irgendwann dämmert ihn, der ist gar nicht mit auf dem Rückweg. Wo ist der bloß geblieben? Am dritten Tag finden sie ihn. Stell dir mal vor, du suchst drei Tage lang dein Kind. Da wirst du irre vorsorgen. Drei Tage ist dein Kind weg. Mein Sohn ist im Kaufhaus verloren gegangen. Da war der nicht zwölf, da konnte der gerade sprechen. Mein Mann damals brauchte einen Anzug und mit der Stilsicherheit war das so eine Geschichte und mit der Passform von Anzügen war das auch so eine Geschichte, aber für ein Bewerbungsgespräch brauchte er einen Anzug. Wir sind also in einen Laden gegangen. Ich mache jetzt keine Werbung für ein Kaufhaus. Es war ein sehr großes Kaufhaus. In die entsprechende Abteilung und unser Kind spielte fröhlich. Es gibt so Drehständer, kennt ihr die? So Kleiderständer, die sich dann drehen, wenn Kinder spielen. Solange sich irgendwas drehte, war ich sicher, unser Kind ist noch da, aber irgendwann drehte sich nichts mehr. Ich hatte gerade meinen Mann beraten in der Anzugfrage. Nichts drehte sich. Der spielte ja auch gern verstecken, der Junge, aber wir konnten den nicht wiederfinden. Der war weg. Und dann war ich schon ein bisschen aufgeregt. Wo suchst du ein zweijähriges Kind? Ich bin da losgeflitzt, habe überall unter den Kleiderständern gesucht, habe auf der ganzen Etage gesucht. Das Kind war weg. Unser Sohn war damals schon sehr unternehmungslustig. Der ist sehr initiativ, bis heute. Heute ist er in einem Alter, in dem seine Kinder schon größer sind. Na, warte, in dem Alter sind. Ungefähr in dem Alter sind. Wie er damals, das kleinste Kind hat fast das Alter. Ich habe den nicht gefunden. Ich habe Schweißausbrüche gekriegt. Ich war aufgeregt. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Wo suchst du ein zweijähriges Kind im Menschengewühl? Dann bin ich auf die nächste Etage und dann auf die übernächste Etage. Da stand mein Sohn, quietscht, vergnügt, an der Rolltreppe bei einer Verkäuferin, die gerade einen Telefonhörer vermutlich vom Haustelefon in der Hand hatte und telefonieren wollte. Und mein Sohn schaute also zu ihr auf und sagte, du brauchst gar nicht bei uns zu Hause anrufen. Meine Mama und mein Papa sind hier im Haus. So, das Kind war wieder da. Alles gut. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Aber wie wird es auch damals Jesu Eltern gegangen sein? Er war zwar etwas größer, aber wenn du mit Hunderten und Tausenden von Leuten unterwegs bist und dein Kind ist weg, dann machst du dir Gedanken. Da kann ja irgendwas passiert sein. Wie findest du dein Kind wieder? Keine Ahnung. Drei Tage. Das ist eine lange Zeit für den Zwölfjährigen, wenn er nicht wieder aufzufinden ist. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manche Fantasien kommen da hoch. Wenn in der Zeitung steht, Kind ist verschwunden, zwölf Jahre alt, fällt dir so manches ein, dass nicht alle Menschen es immer gut mit den Menschen machen. Und auch allein draußen unterwegs zu sein, da kann alles Mögliche passieren. Jesus war weg. Dann haben sie ihn gesucht und gesucht und gesucht und wo haben sie ihn gefunden? Wie er sagt, im Hause seines Vaters. Was hat er da gemacht? Der hat sich mit Gottes Wort beschäftigt. Hat gefragt. Wollte Dinge wissen. Und wusste auch schon vieles. Wieso wusste er denn die Dinge? Der war erst zwölf. Manche Kinder, die hierher kommen, kommen zu uns, wenn sie noch relativ klein sind. Die gehen dann in die Kinderstunde und hören Lieder, in denen Aussagen aus der Bibel vertont sind. Ich stehe fest auf dem Fels. Ich stehe fest auf dem Fels. Ich stehe fest auf dem Fels von Gottes Wort. Ich will das tun, was er sagt. Solche Dinge. Und da spielen die und singen die mit Begeisterung, genauso wie ihr Begrüßungslied, das mit ihnen persönlich zu tun hat. Und Jesus hat jeden einzelnen Menschen lieb, egal ob groß oder klein. Das lernen auch die Kinder schon. Und dann singen die zur Begrüßung, Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze. Ja, kennt ihr das? Entschuldigung, ich singe nicht so schön. Aber die Kinder lernen, dass Jesus sie lieb hat. Sie lernen, dass sie willkommen sind. Sie lernen, dass jeder Einzelne bei Gott kostbar ist. Und manchmal gehen Menschen schlecht mit anderen Menschen um. Und trotzdem, in Gottes Augen, bist du wertvoll. Und keiner darf dich klein machen. Deine Identität als Kind Gottes kann dir kein Mensch glauben, egal wie schlecht er mit dir umgeht, egal was Menschen tun. Du bist sein Kind. Du bist sein Geschöpf. Und er hat dich lieb. Egal wie die Umstände rundherum sind. Egal was passiert, egal was Menschen sagen. Und wenn er nicht sagt, du bist zu blöd zum Milch holen, du bist trotzdem Gottes Kind. Also, nicht im Sinne von Hochmut, sondern von aufrecht gehen. Okay? Und das hat eine besondere Qualität, gerade in Zeiten, wenn es einem schlecht geht. Und es hat auch mit Wachstum zu tun, inneren Wachstum zu lernen, auch anzunehmen, dass Gottes Liebe größer ist. Dass Gottes Liebe viel größer ist, als alles, was Menschen dir antun können. Das sagt sich leicht. Aber wenn du durch schwere Zeiten gehst und merkst, nach und nach verändert eine Haltung des Lobpreises dein Leben. Mich haben sie gemobbt. Aber jahrelang gemobbt. Und ich hatte aufgrund meiner familiären Situation nicht die Möglichkeit, mein Umfeld zu verändern. einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. Meine Kinder waren nicht groß. Andere Wege wären zu weit gewesen. Ich hätte das nicht auf die Reihe gekriegt. Kindergartenplätze gab es damals fast gar nicht. Meine Kinder zu betreuen, war ständiges Management. Das geregelt zu kriegen, mit einer Berufstätigkeit unter einen Hut zu kriegen. Und ich musste Geld verdienen gehen. Auch damals. Das war nicht die Normalität. Aber es gab auch ein schlechtes Betreuungssystem. Es war nicht aufeinander eingestellt. Und dann zu gucken, wie kriege ich es hin. Es war nicht einfach. Also bin ich an meinem Arbeitsplatz geblieben. Jahr für Jahr. Und bin gemobbt worden. Das war hart. Ich mochte nicht mehr zur Arbeit gehen. Mir war schlecht. Ich habe Schweißausbrüche gekriegt, wenn ich nur an meinen Arbeitsplatz dachte. Ich mochte da nicht mehr hingehen. Ich hatte Magenschmerzen. Ich hatte alles Mögliche. Ihr kennt das. Irgendwann sagt der Körper, es ist nicht gut für dich da zu sein. Geh da weg. Aber ich hatte den Eindruck, ich habe keine Wahl. Also habe ich ausgehalten. Und es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ich habe mir alles weggenommen. Ich war in einer Lehrtätigkeit. Ich hatte nachher nichts mehr. Ich hatte keinen Stuhl mehr. Ich hatte kein Telefon mehr. Ich hatte keinen Platz, meine Sachen aufzubehören. Ich hatte nichts mehr. Ich war im Luchtherrenraum. Hatte aber den Anspruch, meine Arbeit immer noch gut zu machen. Ich wusste aber gar nicht, wer riecht. Sie haben mir alles weggenommen. Und Gespräche geführt mit mir zu zweit. Zwei Vorgesetzte übereinander. Dann drei, die mich übereinander bearbeitet haben. Jede Woche Gespräche. Jede Woche. Und irgendwann war ich mit Hiob beschäftigt. Kennt ihr Hiob? Hiob ist ein Mann, der in der Bibel vorkommt. Der sehr, sehr, sehr viel Leid erlebt hat. Sehr viel. Mehr als er ertragen konnte. Und als ich dann dieses Buch Hiob gelesen habe, tat ich mir selber sehr, sehr leid. Und hatte viel Mitgefühl mit mir. Weil ich durch so schwere Zeiten gegangen bin. Ja, wie Hiob. Ich habe mich sehr mit ihm identifiziert. Aber ich habe gebetet und gesagt, ja, was willst du mir damit jetzt zeigen? Ich habe wochenlang Hiob gelesen. Und auf einmal musste ich lachen über mich selber. Weil der heilige Geist mir eine Erkenntnis geschenkt hat. Die Erkenntnis war, du musst Gott mehr vertrauen. Hiob hat so viel Schweres erlebt, dass es für ihn schwer war, Gott zu vertrauen. Und als ich in dieser schweren Zeit war und der heilige Geist mir gezeigt hat, vertraue Gott. Er ist größer als deine miserable Situation. Er ist viel größer als deine Umstände. Er hat alles in seinem Arm, auch dein Leben. An der Stelle musste ich so laut lachen. Da habe ich gedacht, das ist jetzt echt ein bisschen gemein. Du liest Hiob und fängst an zu lachen. Das ist ja wirklich schon ein bisschen seltsam. Aber ich musste über mich lachen und fühlte mich wirklich vom heiligen Geist überführt. Weil ich dachte, ja genau, traue Gott mir zu. Er ist größer und er kann, auch heute noch. Und dann bin ich über den Flur gegangen. Es war ein langer Flur. Es war eine alte Kaserne, die umgebaut worden war. Es war zu einem Bürotrakt. Und ich bin gegangen und gegangen und gegangen. Und habe gedacht, die Leute, die mich da verachtet haben, sollen sie doch denken, was sie wollen. Ich habe den Herrn gepriesen, habe geheult die ganze Zeit und den Herrn gepriesen und bin über den Flur gelaufen. Und Gott hat es gedreht. In dem nächsten Gespräch, das ich mit diesem Vorgesetzten hatte, habe ich ihm gedankt. Wir haben die große Augen gepriegt. Ich möchte mich bei euch bedanken. Ihr habt mir viel Leid zugefügt. Sehr viel. Aber eins habt ihr mir erspart. Körperliche Gewalt. Danke dafür. Alles andere haben wir jetzt durch. Aber egal, was ihr tut, eins könnt ihr mir niemals rauben. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Und egal, wie schlecht ihr mit mir umgeht, den Teil werdet ihr nie zerstören. Den Teil werdet ihr nicht rauben. Interessanterweise haben sie mich nie wieder zum Gespräch eingeladen. Und sie haben mich in Ruhe gelassen. Und Gott hat mich versorgt mit einem guten Arbeitsplatz, an dem ich noch viele Jahre mit Freude und Dankbarkeit gearbeitet habe. Gott mir zuzutrauen ist auch ein Lernprozess. Und Gottvertrauen hat auch mit Wachstum zu tun, mit Reife zu tun. Und manchmal denkst du, wie schön wäre das, wenn Gott das einfach mal kurz machen würde. Es wäre doch viel einfacher und viel bequemer. Wo bleibt dann deine Geduld? Manchmal betest du jahrelang für etwas. Ich habe mit einer Frau zu tun gehabt. Und jahrelang habe ich gebetet, dass wir eine Lösung finden für ein Problem, mit dem sie zu kämpfen hatte. Jahrelang. Sieben Jahre habe ich gewartet. Und auf einmal hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Ich habe mal wieder meinen Bus verpasst hier, weil ich noch mit jemandem im Gespräch war. Ich wusste, irgendwann fährt wieder ein Bus. Das war nicht das Problem. Das ging schon. Aber ich bin dann durch die Innenstadt gegangen und auf einmal sagt der Heilige Geist zu mir, geh in das Geschäft. Bitte? Geh in das Geschäft. Und dann sagst du ihm, was du willst. Klar. Ich gehe in das Geschäft und sage ihm, er möchte mal eine Brille für jemanden spenden. Nein, er braucht. Ich bin an dem Geschäft vorbeigegangen. Fünf Meter. Dann bin ich wieder umgedreht. Dann bin ich in das Geschäft gegangen und habe dem Obdecker gesagt, guten Tag, ich bin die und die Pastorin der Freien Christengemeinde und in meinem Umfeld ist eine Frau, die dringend eine Brille benötigt, finanziell ganz schlecht aufgestellt. Und sehen Sie da irgendeine Möglichkeit, spendentechnisch etwas zu machen? Ich dachte so an diese Strategie, Fahrstuhlgespräch aus dem Funfraising. Ja, so 30 Sekunden, sag was du, ja, überzeugt ihn. Was ich nicht wusste, aber der Heilige Geist schon, da saß der Chef des Betriebs, der nur sehr unterracht. Und der sagt, da können wir was machen. Ich sage, bitte. Ja, können wir machen. Sie kriegen auch eine Spendenbescheinigung. Wir kriegen das geregelt. Wir sind ein Verein. Das können wir machen. Er sagt, ja, ist gut, machen wir. Der Heilige Geist überrascht mich immer wieder. Was heißt das? Ich traue Gott ja immer noch nicht genug zu. Aber an der Stelle umzudrehen und zu sagen, okay, Gott, wenn du sagst, geh da rein, ich geh da rein. Tu's. Gehorsam zu lernen, auch wenn wir manches nicht verstehen. Bedeutet manchmal auch zu riskieren, dass Leute komisches über dich denken. Das kann passieren. Mittlerweile hat die Frau eine Brille, hat die Frau wieder eine viel bessere Sicht, freut sich. So was ist ihr noch nie im Leben passiert. Die kann es bis heute nicht fassen. Und echt preise den Herr auch dafür. Und das Gute ist, sie fängt jetzt auch an ihn zu preisen. Und darüber freue ich mich, weil ich denke, wie schön es ist, wenn ein Mensch, der durch so schwere Jahre geht, anfängt, Gott zuzutrauen, dass er auch diesen Menschen im Blick hat. Wie wunderbar ist das? Und in meinem Leben hat Gott viel verändert. Im Leben vieler hier hat Gott viel verändert. Und wir geben Zeugnisse, um einander auch zu ermutigen, indem wir davon erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und dann wachsen wir. Und zwar nicht nur an Zahlen, sondern auch innerlich. Wir reifen. Und so wie Jesus sich unter Gottes Wort begeben hat, unter das Wort seines Vaters begeben hat, es mehr lernen wollte, was steckt in Gottes Wort drin. Nicht zufällig ist er da im Tempel geblieben. Nicht zufällig hat er gefragt. Nicht zufällig hat er sich mit Gottes Wort beschäftigt. Jetzt wollte er auch wachsen. Den Willen des Vaters zu tun, bedeutet den Willen des Vaters zu kennen. Sonst kannst du ihn nicht tun. Also, in Gottes Wort zu wachsen, hat verschiedene Aspekte. Unter sein Wort zu gehen, zum Beispiel in einem Gottesdienst, zum Beispiel, indem du Lieder singst. Ich meine, du kannst ja auch irgendwelche Lieder singen. Es gibt ja unterschiedliche Ausrichtungen. Ich weiß nicht, ob ihr das Hurricane Festival kennt. Wir singen da ein bisschen andere Lieder als wir hier. So, die Ausrichtungen sind ziemlich unterschiedlich. Und auch da gibt es unterschiedliche Menschen, die dahin gehen und sagen, wo Finsternis unterwegs ist, ist es auch gut, Licht hinzubringen. So, und zu gucken, guckst du mehr zum Kreuz, dann drehst du den Rücken der Sünde zu. Oder drehst du dich mehr zur Sünde, dann drehst du dem Kreuz den Rücken zu. Beides gleichzeitig kannst du nicht tun. Also, mehr auf Jesus zu schauen und dich an ihm auszurichten. Gottes Wort als Kompass zu benutzen, hilft dir zu wachsen, zu beten, zu fragen, was willst du eigentlich? Soll ich wirklich zu diesem Optiker reingehen? Ja. Schlichtes Ja. Manchmal redet Gott nicht viel. Manchmal ist er ganz kurz angebunden. Ja. Na, dann machen wir es. Ja, seinen Willen dann zu tun. Bedeutet aber auch, ihn zu fragen. Wenn du vor Entscheidungen stehst, ihn zu fragen. Und nicht zu sagen, ja, rein logisch könnte ich so, oder ich könnte so, oder ich könnte so, oder so, oder so, oder so. Und in all diesen vielen Varianten darfst du dir was wie in einem bunten Blumenstrauß aussuchen. Nein. Gott weiß schon. Frag ihn. Bete und hör ihm zu. Und wie er antwortet, wird unterschiedlich sein. Manchmal kriege ich ein Buch in die Hand. Da steht genau das, was mir gerade in dem Moment weiterhilft in der Richtung, in der ich eine Frage habe. Interessant. Ist mir oft so gegangen, auch als ich noch ganz früh im Glauben war. Plötzlich habe ich ein Buch in der Hand gehabt und dann Bücher stand. Ich dachte, ach, interessant. Gott hat das oft so gemacht. Oder jemand hat etwas gesagt. Ich dachte, was weiß der das jetzt? Oder in einer Predigt kam etwas vor und du denkst, war die jetzt für mich? Der Heilige Geist. Vergrüße das, was für dich ist. und dann spricht er zu dir, hör ihn zu. Wachse. Gemeinschaftliches Leben hat aber auch mit Wachstum zu tun. Und zwar nicht nur, dass Gruppen größer werden, sondern auch in Gemeinschaft zu reifen. Dass dir auch mal jemand was sagen darf, mal was Nettes sagen darf. Manchmal komme ich in einen Raum und es gibt so Menschen, die sehr gut darin sind, das Haar in der Suppe zu finden. Kennt ihr solche Menschen? Vielleicht könnt ihr das auch selber. Ich kann das auch, wenn ich will. Früher konnte ich das aber viel besser. Heute mache ich das manchmal anders. Ich gebe mir Mühe, weniger das Haar in der Suppe als erstes rauszuholen, sondern mehr so auch zu gucken, wie gebe ich ein Feedback. Es gibt ja noch andere Dinge, die man bemerken kann, als nur die Dinge, die schief laufen, sondern einfach auch das Positive zu bemerken, auch das Positive zu erwähnen und jemanden auch dafür Dank zu sagen zum Beispiel statt nur zu sagen Ah, du hast schon wieder nichts. Ja, kennt ihr das von Kindern? Ah, schon wieder. Ja, dann denke ich, oh, dann guck mal auf das Gute. Guck mal zuerst auf das Gute und dann kannst du bemerken, jemand hat mir gerade wieder zur Begrüßung einen Spruch um die Ohren gehauen mit etwas, was er nicht leiden mochte und zwar eine Veranstaltung, zu der Gäste kommen sollten als nächstes, wenige Minuten später und dann habe ich gesagt, ich überlege gerade eine passende Begrüßung für die Gäste und ich weiß noch nicht genau, wofür ich mich entscheiden soll. Vielleicht sollte ich hingehen und zur Begrüßung sagen, ihre Schuhe sind aber wirklich hässlich oder so eine Hose wie sie tragen, kann ja kein Mensch tragen oder so. Wie wäre das denn? Sagt diese Person, das kannst du doch nicht wirklich machen. Nee, das ist keine gute Begrüßung, ne? Wie wäre es mit, schön, dass Sie da sind, guten Tag, herzlich willkommen, sowas in der Art. Ja, das wäre echt besser. Dann sage ich, was sagt ihr das? Ah, sagt sie, da hast du eigentlich recht. Das hat sie selber gemerkt, manchmal ist es besser, jemandem zu helfen, auch in einer Gruppe, dass er selber was merkt, als ihm das direkt zu sagen. Das ist ja manchmal wie, wenn du ihn abratschst, oder? Menschen haben ja auch selber eine Reflexionsfähigkeit im besseren Falle, die kann man ja auch trainieren. Und dann zu gucken, auch fürsorglich miteinander umzugehen, jemandem zu helfen, wo er Hilfe braucht, aber Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten im besseren Falle, zu gucken, wie funktioniert Integration. Wer von euch ist hier reingekommen, und hat sich komplett allein integriert. Das traut sich keiner. Ich. Super. Niemand hat dir geholfen, dich zu integrieren. Ja, doch, denn irgendwann waren welche da. Okay. Aber ich bin hier reingekommen, weil ich hier reinkommen wollte. Okay. Das heißt, der Anfang hatte mit einer Entscheidung zu tun und da hat der Heilige Geist dir vielleicht gesagt, geh da mal rein. So wie er mir gesagt hat, geh zum Obdecker rein. So in der Art. Ja. Und dann bist du unter Gottes Wort hier gekommen. Ja. Und irgendwann warst du aber nicht der Einzige, der sich integrieren wollte, sondern vielleicht waren da auch Leute, die gesagt haben, oh, den kennen wir noch gar nicht. Genau. Auf den gehen wir mal zu. Den fragen wir mal, was der hier eigentlich macht. Oder sowas in der Art. Vielleicht hat sich ein gutes Gespräch daraus ergeben. Vielleicht hast du nach und nach Leute kennengelernt. Vielleicht hast du dann nach und nach deinen Platz in Gemeinschaft gefunden. Mal knirscht und knatscht das so ein bisschen. Das kann mal passieren. Aber es menschelt überall. Und wenn wir den Teil mal rausrechnen und gemeinsam an den Weg gehen wollen, dann kriegen wir das auch miteinander hin. So im Allgemeinen. Und Integration hat eben unterschiedliche Aspekte. Der Mensch, der sich integrieren will und hineinwachsen will in eine Gemeinschaft. Auch eine Kleingruppe vielleicht. Oder in eine Schulklasse. Oder in einem Arbeitsteam. Oder was auch immer. Eine Gemeinde. Und auf der anderen Seite hat es auch den Aspekt von Aufnehmen. Denn darf überhaupt jemand dazukommen? Ist es überhaupt erwünscht, dass Menschen dazukommen? Oder erwarten wir von denen, dass die genauso ticken wie wir? Weil wenn wir schon 30 Jahre durchgeheiligt sind, dann können wir ja schließlich erwarten, dass das bei jedem anderen auch so ist. So. Und wenn der sich nicht entsprechend verhält, dann teilen wir das dem erstmal mit, wie das hier funktioniert. So. Und zwar ernsthaft, weil wir ernsthafte Christen sind. Und vielleicht sagt er, da gehe ich lieber in die Lach- und Spaßgesellschaft. Das ist mir hier zu ernsthaft. Das brauche ich auch nicht in meinem Leben. Und vielleicht zu gucken, nein, es hat immer diese beiden Aspekte. Einer kommt dazu und möchte. Teil werden von. Und auch für eine Gruppe aufnehmend zu sein. Jemandem auch die Gelegenheit zu geben, hineinzuwachsen. Manches kennenzulernen, die Leute kennenzulernen. Und einfach auch Mensch sein zu dürfen. Wenn du nicht Mensch sein darfst, wo du bist. Wenn du dich nur verbiegen musst. Ne. Ist auch nicht schön, oder? Und dann zu gucken, Integration kann auch in Kleingruppen manchmal leichter stattfinden, als in einer Großgruppe. Wenn du in einen Raum kommst und da sitzen 30 Leute, das kann für jemanden auch viel zu viel sein. Dann kommst du in eine größere Gemeinde, da sind womöglich tausend Leute in einem Raum. Das überfordert ja manche Leute völlig. Und wie lernst du die alle kennen? Nicht tausend auf einmal, auf gar keinen Fall. Aber in Kleingruppen, in einem Hauskreis, in einem Dienstbereich, in dem du dich dann nach und nach einklängst, wo du mal schnupperst, ist das was für mich? In einer Lobpreisgruppe, wo du sagst, ja, einen Lobpreis mag ich schon. Ich kann die anderen ja mal kennenlernen. Vielleicht passt das irgendwie zusammen. Vielleicht können wir sogar zusammen musizieren. Und Einheit im Geist drückt sich auch musikalisch dann irgendwann aus, aufeinander zu achten. Das hat verschiedene Aspekte. Man hört das auch manchmal. Und in die Einheit im Geist dann auch andere Menschen mit hineinzunehmen, im Lobpreis. Wie schön ist das denn? Es hat aber auch neben diesem Kleingruppencharakter und dem gemeinschaftlichen Leben diesen Aspekt von dienstbereitem Leben im Dienst, zum Beispiel in einer Dienstgruppe, einem Lobpreis-Team, einem Technik-Team, einem Kaffee-Team oder was für ein Team auch immer, zu wachsen im Dienst. Miteinander zu wachsen, zusammenzuarbeiten, macht sehr viel mehr Spaß als allein, oder? Heute gab es ein leckeres Buffet. Das hat nicht eine Person gemacht. Da haben mehrere zusammen dran gearbeitet. Dankeschön dafür. Das war echt super. Und zusammen macht das sehr viel mehr Spaß, als wenn man allein davor steht und einen Weinberg umgraben soll, wie jemand in der Bibel. Der sieht den Weinberg und sagt, oh, ist der riesig. Das schaffe ich ja nie. Im Team zusammenzuarbeiten, zusammenzuwirken und dienstbereit zu sein, persönlich zu reifen, ist was Tolles. Da steckt Entwicklung drin, persönliche Entwicklung. Und dann nicht nur Gutes zu tun, sondern auch drüber zu reden. Und euch zum Beispiel zu erzählen, was der Optiker Tolles getan hat. Das motiviert dann wieder andere, die sagen, der hat was Gutes getan. Ich habe auf seinen Dankesbrief etwas geschrieben. Da steht drauf Anstifte. Gutes tun, Gutes erleben. Und wenn man darüber ein bisschen mehr nachdenkt, das war so etwas, was Gott mir vor einiger Zeit sehr klassisch vor Augen gestellt hat und ich habe dann versucht, das zu visualisieren. Gutes zu tun und auch Gutes zu erleben. Beides. Der eine tut etwas Gutes und hat etwas gespendet. Der andere hat dadurch etwas Gutes erlebt. Und alles, was man manchmal tun muss, ist, Menschen anstiften dazu. Dass sie auch mal auf die Idee kommen, hey, eigentlich gar nicht so schwer. Wäre eigentlich gut. So, und dann zu gucken, auch drüber zu reden, hinzugehen, denjenigen nochmal Danke zu sagen. Nochmal zu sagen, ja, wir haben das gesehen und vielen, vielen Dank. Und Ihre bestimmten Spendenbescheinigungen kriegen Sie ja auch, na klar. Aber persönlich, danke. Und genauso, jetzt nicht darüber, aber an anderen Stellen in einer Zeitung zu berichten. Was gibt es eigentlich in Gemeinde zu erleben? Woher soll denn einer wissen, dass es Spaß machen kann, in Gemeinde zu sein? Kann ja auch ganz schön blöd sein, ne? Kirche ist ja schon eine ganz schön alte Institution und ganz schön langweilig manchmal. Je nachdem. Drüber zu reden, was gibt es hier Tolles zu erleben? Ein leckeres Buffet zum Beispiel. Danke für alles, was ihr mitgebracht habt, ja? Zusammen im Gottesdienst zu sein, womöglich zu wachsen, zu erleben, was Gott im Leben von Menschen tun. Wie toll ist das denn? Zusammen zu musizieren und zwar auch noch Lieder, die neuer sind als von 1648. Hey, ich mag das. Ich mag auch die alten Lieder, ja? Aber ich genieße das auch, mal unterschiedliche Lieder zu spielen. Gott zur Ehre. Wie schön ist das? Zusammen zu singen, den Herrn zu preisen. Wie schön ist das? Und darüber dann auch zu reden, auch im Internet zum Beispiel, zu sagen, hey, da ist was los. Da will ich mal dabei sein. Kann ja jemand dann denken. Und auf der anderen Seite auch zu sagen, die größte Botschaft, mit der wir unterwegs sind, ist immer noch das Evangelium. Eui heißt gut und Angelion ist die Botschaft, die gute Botschaft von Jesus. Wir können viel reden über alles Mögliche, aber die gute Botschaft von Jesus, von dem wir vorhin auch gehört haben, die er in Gottes Wort sich bewusst immer wieder hineinbegeben hat, darin gewachsen ist, um den Willen des Vaters zu tun. Und Jesus war sich nicht zu schade, Mensch zu werden, klein zu werden. Vorhin haben wir von den Zwölfjährigen Jesus gehört. Und dann später ans Kreuz zu gehen, nicht nur um zu sterben. Das war schwer. Das war bestimmt unglaublich schwer. Das war ein Riesenopfer. Das größte Opfer, das er bringen konnte als sündloser Sohn Gottes. Aber auch aufzustehen, aufzuerstehen, das Kreuz zu verlassen. Und nachdem sie ihn begraben haben, aufzuerstehen von den Toten. Und zur Rechten des Vaters zu setzen. Und von Ort wieder zu kommen. Eines Tages, wir wissen nicht wann. Aber wenn wir uns gut vorbereiten und in Gottes Wort wachsen, reifen, als Christen, als Menschen und als Christen, und andere einladen, sich auch mit Gottes Wort zu beschäftigen, Jesus lieb zu gewinnen und treue Nachfolger in seinem Wort und im Glauben an ihn zu sein. Wie schön ist das? Das fängt bei den Kleinen an. Auch bei Zwölfjährigen geht das weiter. Und bei den Erwachsenen ist es noch lange nicht zu Ende. Wir dürfen lebenslang wachsen in Gottes Wort. Und das wollte ich gerne mit euch teilen, denn zahlenmäßiges Wachstum ist das eine. Aber es fängt bei jedem Einzelnen an, auch am Tiefgang zu wachsen. Und diesen Aspekt von Wachsen, aber wie? Den halte ich auf dem Herzen mit euch zu teilen. Wir haben manche Lieder gesungen, die Jesus einfach in den Mittelpunkt stellen. Und darum geht es, sich an ihm auszurichten, dass er der Kompass ist. Und zwar nicht mit einer verbogenen Kompassnadel, wie bei mir damals, sondern, dass wir uns ganz klar an ihm orientieren, an Gottes Wort orientieren. Und die gute Nachricht von Jesus nicht verstecken, sondern auch anderen Menschen weitergeben. Und das wollte ich auch hiermit tun. Danke für die Geduld. Danke fürs Zuhören. Und nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter des Wortes zu werden. Das wünsche ich uns allen. Gottes Segen dabei. Moin! Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier bei diesem Video zugeguckt habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diesen Kanal hier abonnieren. Unter anderem auf den monatischen Button hier zum Abonnieren drücken. Ihr seid alle natürlich ganz herzlich eingeladen, Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Manchmal haben wir auch am Samstagabend einen Gottesdienst. Das findet ihr natürlich alles auf unserer Homepage unter dem Reiter Veranstaltungen. Da könnt ihr immer wieder den aktuellen Monatsplan euch zum Beispiel auch angucken. Oder zum Beispiel gucken, wann zum Beispiel auch alle anderen Termine gerade von unserer Gemeinde einfach gerade dran sind. Wir haben natürlich nicht nur unsere Homepage, sondern wir haben natürlich auch noch Facebook, was ihr natürlich auch noch nutzen könnt. Und neuerdings haben wir jetzt auch schon Instagram. Alle nötigen Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Findet ihr aber auch zum Beispiel, wenn ich hier auf Info geht und wenn ihr zum Beispiel auf Facebook oder Instagram oder zum Beispiel hier auch einfach auf die Webseite klickt. Sind natürlich auch hier unten jetzt links natürlich auch noch angegeben. Für jeden, der nicht ganz genau weiß, wo die sind. Aber ich werde sie auch natürlich auch unten in der Videobeschreibung natürlich auch noch verlinken. Ich wünsche euch noch einen schönen, gesegneten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.